Das ist Winston. Die Bulldogger hat eine äußerst stattliche Figur. Für das Kunstwerk des Russen Alexander Taratinov reicht eine gewöhnliche Hundehütte nicht aus. Da muss es schon die Karlshütte in Büdelsdorf sein, wo Winston bei der Nordart ausgestellt wird. Auf dem ehemaligen Industriegelände präsentieren Kurator Wolfgang Gramm und sein Team vom 14. Juni bis 12. Oktober 2014 Kunst von 250 Künstlern aus 55 Ländern. Was kann man erwarten? Es muss viel Zeit mitbringen, um diese ganze Kunstlandschaft zu erkunden. Immerhin sind es 10 Hektar, davon alleine 22.000 Quadratmeter unter der Dach. Dort ist auch genug Platz, um Wösche aufzuhängen. Ein riesiger Kreisel jedoch eignet sich nicht als Spielzeug für Winston. Wohl auch nicht ein Schachspiel unter den Fenstern der riesigen Ausstellungshalle. Die Nordart zeigt aktuelle Kunstpositionen, zum Beispiel der Malerei. Und man entdeckt immer wieder etwas Besonderes in den verschiedenen Bereichen der Karlshütte. Auch in der 16. Saison hat sich Gramm Gedanken gemacht, wie man das Publikum beeindrucken kann. Ich habe diese Nordart gegründet mit Hans-Julius Allmann. Und das ist halt schon ein Kind von allem. Da kann man nicht so einfach von wussten. Man wird da auch süchtig machen. Diese Ausstellung fesselt den Blick. Besonderheiten in diesem Jahr. Ein Russland-Schwerpunkt, ein chinesischer Pavillon, wo es auch kleine Kunst gibt, und dänische Skulpturen im Park. Hier gibt es auch viel Auslauf für Winston. Dann geht's doch mal los. Das ist doch ein Primaftorin. Danke, dass du jetzt schon für uns bist. So, als ich doch schon für uns bulgänger herein. Ein Rageherr und ein Rageherr und ein Rageherr und ein Rageherr und ein Rageherr. Vielen Dank.